Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich im Spa. Im Private Spa, der Sportwesendanz Zillertal. Mal was ganz, ganz anderes. Private Sauna, private Wanne, Blick über einen perfekten Golfplatz. Da gibt es noch eine Massage, Solarium, Wellnesslounge, Pool, Rooftop. Also wirklich der Hammer. Aber was erzähle ich jetzt eigentlich? Ich zeige euch in diesem Video einfach mal den gesamten Private Spa und einen kleinen Blick durchs Hotel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein spannender Spa-Tag in der Private Spa-Suite hier geht zu Ende. Ganz ehrlich, es ist der Hammer. Leute, genießt es, nutzt es einfach mal und schaut vorbei. Ganz einfach, warum? Privat, komplette Private. Du hast hier einen Zaunabereich, du hast eine private Badewanne, du hast eine wunderbare Dachserasse mit einer geilen Aussicht. Du kannst Massagen hier buchen und natürlich auch hier auf die Rooftop-Pool gehen und ein bisschen schwimmen. Und unten drunter ist ein normales Spa mit Dampfbad und drei anderen Saunen. Es lohnt sich. Also selbst wenn du kein Hotelgast bist, schau dir mal auf der Webseite, die ich unten in der Infobox verlinke, den Private Spa an. Auf jeden Fall ein Reisewert. Ich bin absoluter Fan. Müsst ihr ausprobieren. Schaut vorbei. Und ich glaube, um die 100 Euro pro Person liegt es. Also ganz ehrlich, genießt es, nutzt es. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken. Ihr wisst, Support ist kein Wort. Über jedes Abo freue ich mich. Und hier habe ich ein Video für euch, was euch sicherlich gefällt. Und wir sehen uns wieder bei einer der nächsten Folgen von Monaco Deluxe.